Prasarita Pada Adho Mukha Vrikshasana ist der Handstand mit gespreizten Beinen. Adho Mukha Vrikshasana, der nach unten schauende Baum, also der Handstand, hat viele verschiedene Variationen. Wenn du gut auf den Händen stehst, gib beide Beine, also Dvipada, auseinander, also Prasarita. Und so hast du eine schöne Übung, um die Grätschflexibilität zu entwickeln. Hier hilft dir nämlich die Schwerkraft.